Ricarda Lang hat geheiratet, das ist aber nur die eine Nachricht. Ricarda Lang möchte andere Formen der Demokratie und das kurz bevor ihre Partei aus mindestens zwei Landtagen in diesem Land herausfliegen wird. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Vielen Dank, dass wir am späten Freitagabend die 100.000 Abonnenten hier erreichen konnten. Ich bin wirklich stolz, ich bin vor allem stolz auf euch, dass ihr nicht immer wegrennt, wenn ich eine andere Meinung habe. Aber wir haben jetzt die 200.000 als nächstes Ziel ausgelobt, ob wir die dieses Jahr erreichen. Ich würde realistisch gesagt sagen, nein, nein, das erreichen wir dieses Jahr nicht. Aber wir bleiben dran. Kommt drauf an, was die Regierung sich einfallen lässt. Heute Ricarda Lang mit ihren neuen Formen der Demokratie. 14 Tage bevor die Grünen in Thüringen aus dem Landtag verabschiedet werden mit einem leisen Tschüss. Und in Sachsen, wo sie dann wahrscheinlich etwas lauter herausfliegen werden. Zumindest in Leipzig wird es wahrscheinlich dann Proteste dagegen geben. Apropos Leipzig, wirklich spannend. Gestern wirklich die Nazis auf dem CSD wieder aufgelaufen. Hitlergrüße und alles und so weiter. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Das hat sich inzwischen schon überall verbreitet. Frau Lang hat geheiratet. Sie heißt jetzt WoWilsch Lang. Nein, kleiner Wortwitz am Rande. Ihr Freund heißt Florian Wilsch. Sie heißt Ricarda Lang. Über eine gemeinsame Namensgebung ist nichts bekannt. Also ist es das Ehepaar Wildsch Lang. Wo Wildsch Lang im Zweifel. Kleiner Wortwitz wirklich am Rande. Es sei ihr gegönnt, sollen sie glücklich werden bis an ihr Lebensende. Das meine ich wirklich ernst. Das ist das Privatleben von ihr. Da lassen wir sie mal wirklich in Ruhe. Sie macht in ihrem öffentlichen Leben so viele Fehler. Soll sie privat glücklich werden. Es sei ihr gegönnt. Vielleicht sind dann die beruflichen Beiträge etwas mehr ausgeglichen, etwas ausgewogener als in der Vergangenheit. Denn sie träumt jetzt hier von anderen Formen der Demokratie. Da geht bei mir das Verfassungsschutzradar an und sagt, oh wei, wenn die Grünen eine andere Form der Demokratie wollen, dann wissen wir, dass es alles ist, aber keine weitere Form der Demokratie. Sie möchten hier denn, um den Osten wieder zu beleben, genau den Osten, in dem ihre Partei nichts mehr zu melden hat bald, wollen sie jetzt hier neue Formen der Demokratie ausprobieren. Also zusätzlich zur parlamentarischen Demokratie jetzt Bürgerinnenräte. Steht wirklich so da, Wortzitat. Wie auch immer sie im Wortzitat das Gendersternchen spricht, würde ich gerne mal hören. Sie wollen jetzt hier das auch auf Landesebene machen, was sie im Bund schon eingeführt haben. Sie wollen eine weitere Ebene des, sie sagen Parlamentarismus einbauen. Aber ein Bürgerrat ist ein von Politikern im Losverfahren ausgeloster Kreis von Bürgern, der nachträglich nochmal angepasst wird. Geben Sie wirklich zu, das ist so phänomenal. Und uns wollen sie erzählen, dass das demokratisch ist, wenn die regierenden Parteien die Macht darüber haben, wer am Ende im Bürgerrat sitzt. Wirklich phänomenal. Das hat nichts mit Unabhängigkeit zu tun, nichts mit Repräsentativität. Wir haben das Beispiel auf Bundesebene schon gehabt. Der Bürgerrat, der über unseren Fleischkonsum entscheiden sollte. Es hieß eigentlich, es geht um die Ernährung. Und was hat man da gemacht? Nachdem die Auswahl des Bürgerrates abgeschlossen war, ist man hingegangen und hat erstmal jeden gefragt, ob er Fleisch isst oder nicht. Und dann am Ende festzustellen, oh, wir schieben noch ein paar Veganer und Vegetarier hinterher. Völliger Wahnsinn, wenn ihr mich fragt, ich bin selbst Vegetarier und sage, ihr braucht uns nicht nachträglich irgendwo hinein manipulieren. Es gibt 10, 12 Prozent Vegetarier in diesem Land, manche sprechen schon von 20. Veganer sind 1, 2, 3 Prozent. Und wenn ein Bürgerrat über 100 Personen hat, sollten auch ein paar Veganer und Vegetarier dabei sein. Ich sage immer, ich als Vegetarier will den Fleischesser nicht über ihr Essen entscheiden müssen, sollen sie alles schon schön selber machen. Ich esse kein Fleisch, weil ich das System, das wir aufgebaut haben, von der Aufzucht bis zur Schlachtung inzwischen für pervers halte, wie diese Tiere transportiert und getötet werden. Selbst wenn es inzwischen andere Haltungsformen gibt, so ist am Ende die Schlachtung immer das Gleiche und auch die ganzen Bio-Schweine werden genauso qualvoll am Ende geschlachtet oder betäubt wie die anderen. Deswegen, aber das ist meine persönliche Meinung, sollt ihr alle Fleisch essen. Von mir aus komme ich auch auf eine Spare-Rips-Party. Alles kein Problem. Frau Lange möchte jetzt hier auf diese Bürgerräte zurückgreifen und wir wissen jetzt schon mal, in die Bürgerräte wird eingegriffen. Also die Zusammensetzung ist beeinflussbar. Da ist überhaupt nichts unabhängig. Und dann haben die Politiker natürlich immer ihr Alibi. Wenn Sie jetzt dann den Fleischessern auf Bundesebene etwas vorschreiben wollen, können Sie immer sagen, wir handeln nur auf die Empfehlung des Bürgerrates, den wir eingesetzt haben. Und das ist nämlich Ihr Milchmädchentrick. Sie schaffen sich ein nicht-demokratisches, zwischenstaatliches Gremium, das Sie beeinflussen können in der Zusammensetzung, werfen Ihre Themen hinein, ziehen Ihr Ergebnis heraus, stellen sich vor den Wähler und sagen, guck mal, wir machen das, aber das habt Ihr im Bürgerrat entschieden. Also ich nicht schuld, sondern, ja, das ist völliger Wahnsinn, Leute. Das ist wirklich völliger Wahnsinn. Aber das möchte sie jetzt hier auch im Osten einführen. Sie sieht da die schwache Verankerung der Parteien und sie sieht immer noch die wenige Rente, den wenigen Lohn und den schlechten Ausbau der Infrastruktur in Ostdeutschland als eines der Hauptprobleme für die desaströsen Ergebnisse der Grünen. Und genau da ist das Problem. Frau Lang setzen sechs. Die relevantesten Themen zur Landtagswahl in Sachsen sind mit 54 Prozent nicht Rente oder Lohn, sondern die Zuwanderung. Das ist eine statistisch repräsentative Umfrage kurz vor der Landtagswahl. 19 Prozent sehen das sächsische Bildungssystem als entscheidenden Punkt zur Wahl. Über Bildung hat Frau Lang nicht gesprochen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn man Frau Lang und das Wort Bildung versucht in einen Satz zu packen, da kann meistens nur ein Fehler herauskommen. Syntaxfehler würden die anderen sagen, aber ihr wisst genau, was ich meine. Frau Lang versteht das Problem nicht, ihr ist es überhaupt nicht bewusst. Sie lebt in einem Wolkenkuckucksheim mit über 10.000 Euro Diät im Monat, 4.500 Euro freier Pauschale, fast 25.000 Euro für ihre Mitarbeiter, zusätzlich die Bahncard 1. der Klasse, den Fahrservice in Berlin, die innerdeutschen Flüge, die ihr natürlich erstattet werden, die Versorgung als Privatversicherte, wenn sie das möchte, die Altersversorgung natürlich auch nicht dazu vergessen und so weiter und so fort. Sie möchte jetzt hier im Osten irgendetwas entscheiden, dabei ist ihre Partei hier einfach wirklich weg vom Fenster. Die Grünen, sie können einpacken, niemand will sie mehr sehen, die uns auch nur verraten haben. Die Antikriegspartei, die zur Kriegspartei wurde, ihr wisst ganz genau, was gemeint ist. Aber mit diesen Bürgerräten, da werden wir hier wirklich hinter die Fichte geführt. So etwas darf es nicht geben. Wenn sie mehr Bürgerbeteiligung will, wenn sie mehr Demokratie wagen will, dann soll sie doch einfach Umfragen machen. Dann sollen sie das machen wie in der Schweiz. Dann wird halt einfach bei der Landtagswahl nächstes Mal, oder es wird einfach abgefragt, wollen die Sachsen den Rundfunkstaatsvertrag? Oder wollen die Sachsen dies? Oder wollen die Sachsen das? Frau Lang wird lieber hier wieder auf ihren Bürgerrat setzen wollen, damit wir auch noch mal kurz die Kosten beleuchten. Der erste Bürgerrat, der auf Bundesebene im September 2023 zusammengetreten ist, war aus 160, wie Sie sagen, neutralen Moderatoren und Experten besetzt. Ernährung im Wandel wurde diskutiert. Die Kosten für dieses, wie Sie es nennen hier, Ersatzpolitikprojekt beliefen sich auf 18.000 Euro pro Mitglied. Also 18.000 Euro mal 160. Insgesamt gab es jetzt hier Kosten von 3 Millionen Euro dafür, dass sie sich nur einmal getroffen haben. Der Rest war als digitale Webex-Konferenz. Aber Frau Lang, sie lebt hier im letzten Jahrhundert. Schon 1918, 1919 gab es in den linksrevolutionären Verbänden in diesen chaotischen Jahren des letzten Jahrhunderts die Idee dieser undemokratischen Bürgerräte, wo die Politik Einfluss auf die Zusammensetzung nehmen kann. Und da sage ich nur, shame on your radar, das gehört sich nicht. Die Demokratie mit undemokratischen Mitteln ausgestalten wollen und dann sagen wollen, wir sind gegen den Faschismus. Das ist ein kleiner Widerspruch in sich, Frau Lang. Bitte kommen Sie zur Gesinnung. Vielleicht, wenn Sie jetzt ein paar Flitterwochen absolvieren, sehen Sie das Ganze mal aus einer anderen Perspektive und vielleicht treffen Sie ja auch mal Leute, die Ihnen mal so richtig die Meinung geigen, denn inzwischen ist Ihre Partei bald einstellig auf bundesweiter Sicht im Prozentbereich und dann kann man schon bald sagen, mein Bier hat mehr Prozente als die Grünen. Damit sage ich, abonniere den Kanal X und Telegram, damit bleibst du immer auf dem Laufenden. Ansonsten sage ich, ciao, bis bald.